Okay, bleiben alle hier drin, oder? Ja, ich bleibe drin. Sascha, Yoshi sollen wir so aufteilen, dass einer Mitte von uns, einer B, einer A macht. Wie geht das, was wir gerade spielen? Ich bin alleine auf A. Spielen wir ganz normal das, was wir auch gerade gemacht haben? Dieses One-Re-One-Ding. Wenn du willst, geh das rein, geh das rein. Ich geh vor, ich geh vor. Ich geh jetzt hier links um die Ecke. Da lang, genau. Das ist Mitte da. Das ist einer. Er ist ein bisschen weak. Nein, hilf zurück, nein, hilf zurück. Nein, doch nicht, ich nehme es zurück. Ist das krass. Ich finde die USP-Chat, und ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen könnt, ich finde, es ist in CS leider, und da ist sogar die Deagle dahinter. So eine random Waffe. Also, es ist so komisch. Manchmal Connected-Headshots rein, aber auch dann wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Ey, Yushi, hast du TS2-Key? Äh, äh. Sascha, hast du einen? Ja, ich habe auf meinen 2-Account einen Key. Bro, ich finde, man merkt so einen... Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht ist, es ist Placebo. Nein, nein, das ist ein Riesenunterschied. Aber man merkt... Also, ich würde gefühlsmäßig sagen, ich möchte so einen kranken Unterschied, was reingeht und was nicht. Ja, Moment, perfekt. Und die gucken in Stream. Die größten Stream sind die wohl gekommen. Ab in Stream. I stream with 10k viewers. Ach man, ey. Trimax, du musst deinen Twitch-Namen da raushauen. Wow. Ja. Highway, glaube ich, auch immer. Ey, das ist wirklich... Ey, einer muss mit mir A kommen. Ich, ich habe jetzt... Kannst du mich hoch, Max? Das sieht aus wie Leiter, Digga. Bro. Ich sterbe, guck mir das hier an, Alter. Komm. Max, deine Waffen werden schlecht. Was? Wir können eigentlich nie hier rauskommen, Edi. Was? Ja, ich habe... Außer, genau. Außer, wenn geht auf. Jetzt kann ich da auch rauskommen. Aus den beiden Dingern. Hast du eine Smoke, Edi? Oh, ja, ja, ja. Einer, Venture. Einer ist links. Ab ein. Start, start. Du dabei, Bruder? Ich weiß es nicht, von wo. Wäre eigentlich geil, so 5v5. Max, bei dir einer? Schön, Max. Main. Okay, ich lasse A dich alleine, Edi. Pass auf. Ich gehe mit A, Sascha, ich komme zu dir. Immer noch auf den Boost. Main, links, Main, links. Ist das schon Main raus? Ist das schon Main raus? Ne, ne, ne. Nika, ey, A2. Man, ein Hit, Minus 40. Das geht halt irgendwie nicht so rein. Ich finde es wohl schade. Machst du? Weißt? Kannst du das nicht raus sein? Ja. Komm, einen Facel, Bruder. Einen Facel. Den holst du. Ne, lass es rein, lass es rein. Mann! Max, pass auf. Ich mache dir jetzt was, okay? Kannst du eine werfen, Sascha? Ja, 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 klar. Max, hörst du mich? Ja, ja, was denn? Ich brauche dich jetzt. So krass wie noch nie. Okay. Du rennst jetzt in die Richtung, wo du gerade immer in rennst. Ich schmeiße eine Flash rein. Du gehst rein, P90. Spray and Pray, Max. Vollgas, volle Kanne, okay? Ey, Edi, ich smoke als erstes. Und wenn meine Smoke weg ist, machst du deine, okay? Okay. Artho, Max, guck weg. Max, guck weg. Erst wenn meine, wenn deine weg ist? Ja, genau. Dass wir die quasi dann wieder abhaben. Ja. Hab einen! Ja, gut, Max. Ja, Bruder. Was mache ich? Ich bin in der Mitte gar nichts. Ich bin wahrscheinlich von Max. Bro, was ein Timing. Und die ist? Mitte, Mitte, Mitte. Nice. Also ohne Witz, ich finde, ihr spielt ultra gut. Aber was sind denn das für Gegner? Oder? Ja, die sind jetzt... Ja, die sind ja. Ey, Max, warum bist du so still, Mann? Was denn? Die holst du voll krass einen weg. Du hast drei Kills mehr als ich. Hallo? Digga, Max ist wirklich... Also... Arten. Maulin. Ist meiner, ist meiner. Ey, lass mal A routieren, oder? Was ist... Digga, was ist heute los, Mann? Warum gibt der mir im fucking Laufen? Oh mein... Hey, Heidi, ich heiße einer... Hint euch, hint euch, hint euch, Jungs. Oh mein Gott. Ey, das ist... Och, er hat uns beide geholt. Naja, er hat auch meine Mutter gefickt gerade, Mitte. Also... Oh, ihr seid doch alle eigentlich nicht schlecht. Wieso gibt es überhaupt nicht eure Mutter ficken können? Ey, Max, wirf mal schnell in M4. M4 und dann einfach Steuerung auf M4. Steuerung gedrückt hat und M4 drücken. Bro, er sagt einfach, hat der nicht? Die läuft los, was? 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 Hier, ne Mal. Hier. Okay. Nein, 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 behalte die. Ich... Ich bin Teamspieler. Okay, King. Da ist einer. Papa? Na du? Er hat sogar einen Headshot, aber er hat 10 AP. Charimanks 1 gegen 2, du kannst das. Ich hab dich, glaub ich, umgesprayt, Bro. I'm sorry, Edi. Alles gut. Charimanks, du kannst das. Au. Was soll ich da machen? Brauchtig zu. Brain. Drum? Ja, ja. Oh mein... Oh, Max. Dramlein, Dramlein. Dramlein. Ah, schade. Ey, das zu den Goals wäre insane gewesen. Ja. Da kann man einfach reinreden. Da kannst du jetzt als Loop was machen. Ja, machst du nicht schlecht. Machst du nicht schlecht. Aber wen darf ich das? Ich hab doppelt so viele Kills, die Kevin und Dascha zusammen. Ja, Mann. Ja, Mann. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt an dieser Stelle ins Spiel schrauben. Ich find's krass, wie er sich zugeben könnte, dass die Gegner einfach viel zu krass sind. Was heißt zugeben? Bro, die sind halt gut, aber die sind jetzt auch nicht ins... Ihr seid doch Supreme, oder nicht? Ich kenn doch Clips von euch. Ihr seid doch, ihr seid doch ultra krank, oder nicht? Bro, what the fuck? Wie lange müsste ich spielen, um auf deinem Leben zu kommen? Max, du hast 30.000 Euro für FIFA-Karten ausgegeben. Das ist das krasse, dein Team, und du warst Müll. Labere mich nicht voll, du Schwanz, Digga. Du hast keine Ahnung von Games. Das Einzige, was du kannst, ist kaufen und Geld ausgeben, damit du krass bist. Dann bist du trotzdem Müll, Max. Du bist einer der schlechtesten Spieler, die ich kenn. Dass du streamst, ist wirklich alles schön und gut, aber halt mal deine Schnauze, okay? Ja, mit der Stimme ist so geil. Seid ihr dumm? Du bist fucking dumm, Max. Du bist ehrlich dumm. Und wir sehen gegen die Gegner kein Plan. Ja, ja, mehr, mehr. Wie lange muss ich spielen, um so gut wie der Gegner zu sein? Ganz realistisch jetzt mal. Das ist manchmal einfach nicht möglich, weil man einfach im Kopf nicht dazu bereit ist, Max. Du kannst niemals im Leben so gut werden in diesem Spiel. Weil dir fehlt alles. Von Timing bis In-Game reden und lesen. Alles. Dir fehlt alles, Max. Ich rede hier gegen eine Wand. Sascha und Kevin können nicht zugeben, dass die Gegner gut sind. Hä, doch. Natürlich sind die gut. Das haben wir doch schon gesagt. Oh, nice. Schön, Eli. Du hast die Bombe gedroppt. Schnapp, nein. B-main Yoshi. Eli wird auch so aus dem Leben gefickt. Ich kann das jetzt gar nicht angucken. 4-10. Das ist jetzt meine beste Runde. Sauber. Yoshi. Schöne Sache. Fick ihn. Ja, cool. Nice. Kannst du das in Chat schreiben? Reinschreiben, reinschreiben, reinschreiben. Wir müssen schreiben, wir müssen schreiben. Nice. Glaubt man das nicht, wenn man aufs Messer switcht? Rein bitte. Komm rein. Nee, nee. Na? Na? Dranbleiben. Dranbleiben. Dicke, Cookie-Klicker. Guter Kill, Alter. Sascha, Dicke. Du hast dir auch nicht die Ruhe nehmen lassen, Junge. Nee. Ah, 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 ah. Bleib du mal hier, Eli. Ja. Alter! Das ist böse. Holy shit, Max. Holy shit. Max, lass den. Du brauchst ihn noch eine Woche, dann bist du so gut wie die Gegner. Ich schwör's dir. Bleib dran, Max. Bleib dran. Alter. Boss. Sieben Kills, Max. Max mit der Diegel, Dicke, genau. Geiler Weifel. Nein, nein, Max, 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 Max. Ich hab noch nie einen Kill mit der Diegel gemacht in meinem Leben. Okay, okay, okay. Gute Laune vorbei. Gute Laune vorbei. Ey, 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 Ventum? Ja, Brüder. Er's weak, er's weak. Sascha. On set, on set, on set, on set, on set. Sorry. Hallo. Hallo. Invent, 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 Männer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. CT, CT, CT. Du gehst hin, holst hin, holst hin. Okay. Boah, ich hab auch nie keiner raus, bäh. Er ist raus. Er ist einer. Was passiert denn? Nice, ich bin tot. Viel Glück. Ach man, er hat... Einer kommt, Benz. Boah. Boah. Scam. Schön. Schön. Machst du, machst du. Schön, schön, schön. Bro, was passiert hier? Die USB ist so random. Ey, die raus, Cosmax. Ja, rechts. Schade. Ui, da hat er mal gescheppert. Boah. So. Nice. Shotgun, ey. Ja, ja. Bleib gut, bleib gut, bleib gut. Die wissen das. Okay, okay. Ich glaube es ist Quatsch, ich glaube es ist Quatsch. Okay, dann geben wir ihn noch kurz zu den Eagles. Okay. Ihr seid tot. Oh mein Gott. Elias. 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 Wo arbeitet ihr an seinem Kill-Rekord, ja? Ey, so stark. Ey, Max und ich hatten auf jeden Fall auch was verbrochen. Wir hatten da auch ein schönes Programm. Wir hatten da auch einen Fight. Nein, 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 nein. Armin P kaufen. So. Okay, Eli, Eli, komm mit. Eli, komm mit. Jetzt. Du musst die Mitte. Nein, 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 nein. Way to tank Mitte. Eli, du machst deinen ersten Kick. Du gehst jetzt auf B. Okay. Und du musst jetzt aber schnell sein. Du musst schnell sein. Du musst richtig schnell sein. Weil der wird schon in Ecke picken, okay? Ich bin schnell. Ich hebe auch rein, ja? Nein, nein. Der macht nur noch ein paar Räste. Yoshi, passt auf, das ist gefährlich. Brennt, 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 brennt. Brennt, 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 brennt. Warte. Okay, Kevin hat gerade schon den ersten. Noch einer Spot, noch einer Spot. Der hat Ultra-Damage kastiert. Schön schön schön. Kann er K sein? Nee, ist oben drauf, oben drauf. Oh, wait. Ja, genau. Hinter uns schon einer. Einer, close, Mitte, close, Mitte, close, Mitte. Mitte, kurz rein, passt auf. Schön, Sascha. Schön seinen Kopf angekippt. Können wir über B über Spawn pushen, Sascha, finde ich. Der war gerade. Warte, Eli, Eli. Oh mein Gott, Eli. Keinen Rekord. Keinen Rekord. Eli, let's fucking go. Let's fucking go, Eli. Ja, Rekord Nummer 6. Okay, wir gehen A, Männer. Wir gehen A, das ist unsere Runde. Joli. Bro, das ist legit nicht schlecht. Das ist legit nicht schlecht, Mann. Was machst du? Pass auf, das sind ganz viele Feinde. Pass auf. Okay, ich fasse nicht auf. Komm, Jungs, das ist unsere. Du drückst 5. Du drückst 5, Max. Du drückst 5. Du drückst 5. Du drückst 5. Du drückst 5. Wir schießen, wir schießen. Nein, nein, nein. Du nimmst nochmal, drück 5. Und jetzt schieß. Dauerfeuer, Max. Dauerfeuer. Ah, danke, Mann. Erster. Highway, Highway, Highway. Ups, sorry. Nicht mein Killer. Nice. Schöne Runde. Kurz auf, Kurz auf. Gut gespielt, Leute. Weiß nicht wo jetzt. Eli, das ist eine gute Richtung. Oben. 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 Schade. Catwalk obendrauf. Oh mein Gott, Kevin, du wach. Kevin, wach auf. Dreh auf. Atme. Sei kreativ. Dreh auf. Dreh auf. Mach mal halt lang. Eins gegen eins. 45 Minuten mehr runter. Sollte aber gehen. Nein. Das ist aber in Main. Sascha, der liegt in Main oder so. Hast du, glaub ich, ne Gun? Jaja. Wow, Scout. Jaja. Es passt jetzt. Es passt jetzt. Ach so. Jajaja. Hier kommt der Freefight um die Ecke. Bin ich einmal bewegt? Mann, ich bin nicht schon wieder, oder? Ältester, ich bin der Ältester. Meiste Zeit am Leben. Ey, ältester, so nennt man jetzt also Camper. Höchste Kampfschutzquote will ich so ganz anmerken. Wow, ich bin Entry-Fragger. Meiste erste Abschüsse. Vier. Das ist krass. Alter, magst du die Wichtigsten? Ey, falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und gerne die Glocke aktivieren und lasst einen Kommentar da auch für den Algorithmus.